Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde an Showdown. Ich war mit der lieben Sonja im Duo gegen Drio als Sniper auf der mittleren Map unterwegs. Und diese Runde unterscheidet sich zu anderen Runden ganz gewaltig. Warum und weshalb müsst ihr euch angucken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, wird mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Bist du? Ne, du bist nicht unsichtbar, gell? Ne. Wie viel hast du? Null. Ach, null. Wir haben nichts zusammengekriegt, letzte Runde. Ja, stimmt, da war ja was. Wir sind Hunde, ich hole das leise. Ja. Ich muss sie nur wegräumen, oder? Aber man, gucken, gucken, vorher wäre ein Tiefstück, oder? Echt? Ja. Ich weiß nicht, ob das freigegeben ist hier, aber normal geht's. Hier sind Punkte. Wo gehen wir denn hin? Losen? Ja. Ist auch kleiner, ich hole den. Wir brauchen ja nur noch einen halben Plippi, ja? Ja. Oh nein. Oh, ich sehe einen Plippi. Oh. Kommt mich, glaube ich, nicht lautlos hin. Da ist einer. Oh, man, der getrackert hat. Ja. So, ich hingehen, ich gehe hin. Er schießt schon. Ach, da hinten bei dir wäre auch ein Plippi gewesen. Oh, Mann, ey, scheiße. Da haben wir den Ausgang oben Richtung Soldiers Krapen und dann warten wir, vielleicht Richtung Soldiers Krapen, weil da war kein Feuer. Oh, hier ist ein rotender Plippi. Ein leuchtender Plippi. Oh, 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 oh. Weiß. 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 Wir haben den Plippi kaputt geschossen. Ja. Ja, komm, lass Ausgang oben zumachen. Ohne Plippi wären wir da wieder voll reingerannt und so weh. Okay. Ja, das so. Okay. Kein Wagen. Arden, Sweetbearance, 2 beim Vor. Ich würde schon hier vorne einen hinsetzen. Genau. Ich wollte es. Eine hinter das Schiff am besten, oder? Nein. Hast du hier vorne einen in den Büschen? Ja. Ja. Boah, ich habe Rubberbanding gehabt. Haben die schon aufgenommen? Ja. Die waren ja belagert von dem anderen Team. Ja. 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 Ich habe aber auch gerade einen Ping von 344. Ja. 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 in diesem Scheiß hier Oh so irgendwas spannendes passiert ich habe ein der liegt hier vor mir der kam mir entgegen der arme knopf kam durchs wasser der hat glaube ich eine terminus dabei und eine opres jetzt liegt er hier hat er Plingen gemacht? nee und hier wächst das ganze mal schnell nur den einen gehört ich loote den jetzt recht da kann keiner sein glaube ich geil ich habe einen der hat mich aber auch fast down gehabt soll ich eine falle auf den stehe ich dir eine falle auf den ja durch neko der sehe ich gleich auch selbst ja wir müssen den schon ein bisschen in den ausgaben schon wieder rubberbanding bei machen weil sonst laufen die gleich nur noch blank naja deswegen lauf ich ja hierüber aber ist nur einmal bounty wechsel gewesen ok oh ich habe einen ganz furchtbaren also ich glaube der server ist nicht so gut ja ich habe einen gesehen ne doch nicht das ist rauch da vorne selbst hier bei mir direkt close hat stress habe ihn oh mein gott war bestimmt der mate ja also die hat 5 classes gut der arme Knopf hatte keine chance hat immer noch nicht Plingen gemacht oder so ne eine Winnie und eine Enigma keine Ahnung was die Enigma ist eine Feuerspucker willst du Fallen auf den legen ja jetzt habe ich da oben schießt es raus ne da ist ne Flash jetzt also sie sind drin die anderen was war denn das ne Falle dann ist da jemand ne ja ja der ist schon wieder tot der hat den genäkot der muss den genäkot haben ich glaube dahint habe ich für ein Laufenrad sehen der hat den geflasht leise leise hat den gehoben der sitzt dahinter ich sehe den nicht scheiße erhebt den der ist gleich Hundestress scheiße sind sie wieder zu zweit ja aber wie gesagt der eine der ist Ultralow den kriegst du One Shot ja ich die Hunde mach doch den Hund ich will aber hier hinten machen da siehst du nix da sind ganz viele Bücher jetzt gehen die bestimmt rüber ich will einen Maid noch holen legen auch Fallen rauch legen auch Fallen rauch der andere sorry aber das ist ja dumm das ist ja dumm wir können auf jeden Fall ist da einer auch sehr low Was macht die Bounty? Die laufen Richtung Eisenhütte raus. Die laufen zu dritt raus. Ja, hat jeder eine Bounty aufgenommen. Hast du auf den geschossen? Nein. Ich höre nichts mehr bei mir. Ich höre nichts mehr. Ich höre nichts mehr. Also wenn, muss sie jetzt handeln oder halt rausgehen. Ich bin dabei. Ach so, das sehe ich ja nicht. Ich bin auf meiner Leiche gewesen. Ja, die gehen nach Blank raus. Ja. Siehst du mit deiner... Oh nein, nicht schon wieder eine Winnie. Jedes Mal, wenn ich sterbe, habe ich so eine scheiß Winnie. Ich habe nicht mal eine Pistole in der Hand. Schweinehunde. Ausgenommen bis sonst was. Dolch weg. Ach man. Die Kills haben sie nicht gelohnt. Naja. 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 Naja, ich liebe meine Waffen lieber. 1, 2, 3 Kills hast du. Ja. Hätte ich lieber meine Waffen anstatt einen Kill. Solche Kackböcke. Denk an die Fahnen am Ausgang. 750 und 650, das sind 800, 1400 Dollar haben die mich geklaut. Ich höre Steps hier vor uns. Lass sie laufen. Leise, leise. Ja, ja. Ich muss zurück. Ich muss zurück, damit das Boot nicht hudelt. Was kriegt er mit seiner Winnie in Headshot? Ist tot? Bei dir in deine Falle gelaufen? Mhm. Einer tot. Schön. Das tut jetzt aber auch noch her. Nein, hat mich. Hast du sie ja? Da ist hier noch eine. Ich hab nix zum Schmeißen. Hat sie auch schon? Nimm die Ketten bist du. Hör, die sind raus. Du hast alle. Ja. Geil. Du Tier. Nice. Guck, wo schnell wo deine Waffen sind. Ich hab sie, ich hab sie. Meine Waffen, du Affenheini. Die sind raus. Ja, aber nur einer. Der hat hier mal einer Blank rausgegangen. Hier vorne liegt ja einer. Aber gut. Kriegen wir nicht mehr. Ne. Oh, ich hab noch Jäger ausrauben. Also, ich fand die Runde dann doch noch ganz gut. Damit hat jetzt keiner mehr gerechnet. Du hast denn auch den einen mit'n Düner? Ja, und das war's. Und die mit der... Ach, die Falle war ja mein. Ne, das war deine Falle. Ja. Stimmt. 9 Kills. Boah. Was für eine Runde. Unfassbar. Ähm. Ja, mit der Bounty hatten wir tatsächlich überhaupt gar nichts zu tun. Und ähm... Keine Ahnung, was die da gemacht haben. Also, ich hab echt keine Ahnung. Die ganze Zeit einen aufgehoben mit Nekro. Und... Also, gut. Den einen kann man mit Nekro aufheben. Wenn da eine Falle drauf ist, ist halt Pech. Ist uns allen schon passiert. Aber den zweiten dann auch noch mit Nekro aufheben. Obwohl man genau weiß... Also, man könnte wissen, dass da eine Falle drauf steht. Weil's ja beim ersten auch schon war. Tja. Selber schuld. Und das Beste ist, am Ende läuft er dann nochmal durch die Falle von der Sonja. Sensationell. Richtig, richtig krass. Und dann haben sie da am Boot gesessen. Und dann waren sie halt, ähm... Ja, schlecht aufgestellt. Den einen hab ich Gott sei Dank mit dem Düner geholt. Der andere hat mich da weggepumpt. Ich hab aber auch tatsächlich nicht mehr mit der Pumpe gerechnet. Ich hab überhaupt nicht mehr dran gedacht. Und ähm... Das hat Sonja sensationell gemacht. Ähm... Ist mal eine andere Runde als sonst. Also wirklich komplett ohne irgendwie Bounty. Und ich hab ja schon aufgegeben, als meine Zorngeist weg war. Und meine, ähm... Dolch, hab ich mir gedacht... Oh, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hast du so eine Runde. Und ähm... Musst raus. Kriegst nichts von der Bounty ab. Und dann hast du auch nur eine Winnie, die du rausbringen kannst. Ich hatte nicht mal eine Pistel. So traurig. Und ähm... Ja. War doch... War doch eine geile Runde, wie ich fand. Ähm... Mal was ganz, ganz anderes. Ich bin auch immer überlegen, wie ich die Runde nenne. Weil ähm... Mal was ganz, ganz anderes. Oder mal was ganz anderes hatte ich schon. Ich denke, ich nenne sie ähm... Professionelle Fallensucher oder irgend sowas. Irgendwas lass ich mir einfallen. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Trotz keine Bounty. Aber ähm... Ich fand sie sehr unterhaltsam. Ich war ein bisschen ähm... Grimmig am Anfang. Das liegt daran... Oder lag daran, dass es mir an dem Tag ganz, ganz beschissen irgendwie ging. Ähm... Hatte auch noch mit Corona und so zu tun. Deswegen ähm... Ja... Nicht böse sein, wenn ich so krimmig geguckt habe. So... Ähm... Ja... Heute bin ich nicht online auf Twitch. Aber dafür am Sonntag ab 14 Uhr, wenn ihr Bock habt. Wird mich sehr, sehr freuen, euch zu sehen. Sonsten morgen früh, 9.30 Uhr. Wisst ihr Bescheid. Wie immer. Nächstes YouTube-Video. Und ähm... Jetzt denkt an mein TeamSpeak. Der ist unten verlinkt. Genauso wie Game.de. Die haben mir den extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen können. Auch Game.de. Gerne mal besuchen. Gerade wenn ihr selber TeamSpeak, Marble, Rootserver, Gameserver, Webserver etc. sucht. Seid da eine super Adresse. Ähm... Holy Energy ist unten verlinkt. Eine gesunde Alternative zu Red Bull Monster. Kein Zucker. Kein Scheiß. Nur natürlich Inhaltsstoffe. Guckt's euch mal an. Schmeckt mega lecker. Unten der Link und zwei Rabattcodes. Unser Discord ist verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Samstag. Haut rein. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020